willkommen zur 114 folge von city skylines ja wir waren letztes mal hier unterwegs haben einzigartige gebäude gehabt und jetzt haben wir hier noch monumente da kommen wir mal rein so wie es aussieht kernfussionskraftwerk weltraum lift jeden projektor das ist alles nicht gegeben hier steht auch noch warum und wieso und weshalb oder ja okay kurz dann funktioniert das nicht ach hier wollen wir auch noch nicht durch glaube das ist das casino genau und dann können wir beim stadion noch reinschauen und wir können ja auch noch ein stadion bauen wir haben so ein paar sachen dafür schon ja müssen wir mal gucken das ist hier kein stadt als irgendwas anderes ok haben wir überhaupt ein stadion öffentliche gebäude sind das wahrscheinlich alles aber kein stadion dann bauen wir doch mal ein stadion die frage wohin hier hier ist eine gute anbindung eigentlich ne auffahrt abfahrt von der autobahn sollten wir vielleicht hier hin machen oder die in der nächsten nähe finden das nicht so toll aber auch noch in das toll das ist das schon was das ist ein einzigartiges gebäude ok so hier haben wir schon ok das müssen wir noch erzielen oder haben wir schon statu oder industrie unsere industrie wäre zum beispiel hier haben wir auch da ist agrarindustrie ok aber hier wäre natürlich super cool ne da gar nicht hier unten hier wäre super cool genau da machen wir das hin industrie statu und da steht sie nur gut auch schon wo ich jetzt mal hier noch weil er von leben und tot park oder sowas finde ich hier oben richtig cool oder geht hier aber nicht hin da passiert hier jetzt nicht so wirklich quelle von leben und tot könnte man neben dem friedhof aufbauen und und mach mal weg das ist ein friedhof ne ja daneben eine oper oder was ne theater war das ok schwierig ne fußballstadion ist da quelle von leben und tot da fehlt irgendwie wasser auch interessant der pier steht auf dem wasser und dem fehlt wasser jetzt hat er auf jeden fall wasser ne gut ähhhhh quelle von leben und tot würde sich aber hier gut machen eigentlich ne da am rand geht es nirgends wo ne ne dann auf der innenseite in der straße ne ok erst nach da kommen dann machen wir es hier hin da ging es und fertig also das einkaufszentrum der mäßigung einkaufszentrum der mäßigung tolles gebäude und zack was haben wir da noch kolossal order internationales büro kolossal order ich würde das mal hier hinten irgendwo hinstellen wollen das ist ein riesenapparat ne hier schon alles zu jetzt nicht hin hier würde was gehen vielleicht ich glaube das ist ein wohngebiet ne hier wäre auch super an der straße zack haben wir hier ist noch Aquarium hier hinten waren wir ganz viel ohne ne hier so diese Ecke obwohl da haben wir ja die Skaterpark rein da geht nix da wird es gehen zack und die sechste stufe hat noch nix gut jetzt sind wir da auch ein stück weiter das hatten wir schon ja landschaftsbau können wir nochmal durchgucken aber noch einen Radweg kann man bauen interessant und Kiesweg ist das erste Pflasterweg könntest du selbst einen Park bauen Räume Steine und keine Ahnung flacher Kanal ok interessant Kanäle bauen Kai ok hochwassermauer ok flacher Kanal da könnte man was aufstauen ne ohne dass man was überflutet aber naja wir haben nicht genug Talpsole und sowas das bringt hier also nix so Wirtschaft ja da müssten wir sowieso mal reingucken ne Industriegebiet Ausgaben Einnahmen haben wir hier Budget alles gut das ist alles nicht wichtig da bin ich hier doch falsch ich wollte ganz woanders hin Richtlinien da sind wir richtig glaube die kann man dann irgendwo erstellen oder wie war das ich glaube hier ich möchte den ich möchte hier dann die auch oder so im im und den das kann ich ein kann ich natürlich gestalten sich die richtlinien gerade etwas schwierig ich weiß nicht mehr wie es war da sind die richtigen oder genau freigestellter stil ich kann aber nichts auswählen hier müssen wir gerade mal was machen dann läuft das wieder das war schon die gut die richtlinien hier ist noch center nicole rich park oder wenig haben wir denn hier dann ist mama vielleicht mehr machen wo das ein großes gebiet hier geworden schäppeltügel würde ich etwas sagen auch mal hier noch eins so ein neues gebiet passt das heißt mit dem park nirgtenpark freizeitspezialisierung keine ganz bewerbespezialisierung okay die wir industrie schäppeltügel ja gut dann gehen wir mal hier hin freigestellter stil keine spezialisierung durchschnittliche ohne richtwerte 43 euro richtlinien klicke passiert nix wo man die denn lieber norweg hier sind doch die richtlinien oder ja 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 da passiert nix irgendwas habe ich da jetzt falsch gemacht oder mache gerade was falsch so nochmal hier gucken und mir kam das vor als ob wir hier irgendwie diesen weg auch mit der richtlinie gehen mussten aber das ist wohl nicht so hm komisch ne fokus hängt mir nicht so viel ne wirtschaft budget steuern hier ist nix richtig und immer wieder raus das ist zu laut wo kann man das einstellen richtlinie hm könnte jetzt hier zum beispiel sagen das ist ein reines wohngebiet gibt es hier gar nicht ne hm ja die wirtschaft keinen kredit aufnehmen aber das bringt mir doch alles nichts hier was mache ich verkehrt richtlinien kommen aber nicht franklin park irgendwie kommt es mir vor als ob irgendwas nicht geht wo eingestellter stil ja gut info ansichten strom wasser müll bildung arzt yoga zufriedenheit obwohl die können wir mal einblenden und gucken hier sind sie ein bisschen unzufrieden liegt aber am dingens sag schon na das nehmen wir deponieräumung beendet gut dann machen wir die mal gerade umziehen ne schieben nach hinten ja wo da war sie wunderbar und öffnen dann holen wir die andere auch noch dahin dann holen wir die andere auch noch dahin wer wo in welcher stufe lebt ne hobbit stufe ok so ein schickes ding eigentlich aber schwierig zu lesen wind ist klar verkehr sieht relativ gut aus ne hier sind ein paar straßen verstopft sind aber nicht so wie ich schlimm wie ich mir gedacht habe also hier ist was klar was bleibt er dann muss ich mich wie das hier so weiter zu machen verschmutzung lärmbelästigung ist hier hoch freuersicherheit ist auch klar ist auch hier transport vervölkerung ausgehende verbindung kennen wir alles toro stoffe bodenrichtswerte freizeit und andere war stattviertel freizeit und nur da gelände ok irgendwie habe ich die karte letztens wohl ach so ich weiß mit dem aus das mittlere maustaste so ja da komme ich jetzt gerade nicht weiter so irgendwie werden die richtlinien nicht geöffnet ja gut aber ich sehe gerade die folge ist erstmal fortgeschritten ich werde mich darum kümmern dass wir nächstes mal richtlinien dann machen können ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss Vielen Dank.